GPT macht Custom Instructions für alle verfügbar, OpenAI kündigt eine Enterprise-Version des Chatbots an und KI in Deutschland nimmt durch Unternehmen wie Bosch richtig an Fahrt auf. Das und vieles mehr gibt es in unserem heutigen KI-Update. Viel Spaß dabei und wie immer der kurze Hinweis auf die Anmeldung für unseren Newsletter in der Videobeschreibung. Jet GPT Enterprise Seit dem 28. August gibt es jetzt eine neue Version von Jet GPT. Die richtet sich allerdings nur an größere Unternehmen. Über Jet GPT Enterprise wurde ja schon lange spekuliert, da OpenAI ja auch eine Lösung braucht für Firmen, die sonst datenschutzrechtliche Probleme bei der Nutzung hätten. Genau das versucht dieses neue Angebot nämlich zu lösen. Denn hier werden keine Daten zum Training des Bots verwendet und sämtliche Chats sind verschlüsselt, sodass in der Theorie auch sensible Informationen verwendet werden können. Ob viele, vor allem auch deutsche Unternehmen, das dann wirklich in der Praxis machen werden, ist trotzdem fraglich. Aber nicht nur der bessere Datenschutz ist ein Argument für den neuen Plan. Bei Jet GPT Enterprise gibt es nämlich auch unbegrenzte Anfragen mit GPT 4, also dem neuesten Modell, das selbst für Jet GPT Plus Nutzer ja nur eingeschränkt verfügbar ist. Außerdem sollen die Antworten jetzt doppelt so schnell generiert werden. Wahrscheinlich ist aber der größte Vorteil der 32.000 Token Kontext, den die Enterprise Version eben bietet. Damit können sehr viel längere Antworten vom JetBot gegeben werden. Die 32.000 Tokens sind ganz grob zwischen 20.000 und 30.000 Wörter, die zwischen Anfrage und Antwort aufgeteilt werden können. Also hier sind dann wirklich extrem ausführliche Anwendungen denkbar. Zudem soll es wiederverwendbare Chatvorlagen geben, die innerhalb des Unternehmens dann auch geteilt werden können. Das ist definitiv eine interessante Funktion. Aktuell richtet sich das Angebot, wie gesagt, vor allem an größere Unternehmen. Sieht man relativ leicht daran, dass man diesen Plan nicht einfach kaufen kann, sondern man muss den Vertrieb von OpenAI kontaktieren, die aktuell laut eigenen Angaben versuchen, über die nächsten Wochen so viele Kunden wie möglich durch das Onboarding zu bringen. Laut unseren Quellen arbeitet OpenAI aber auch bereits an einer Lösung für kleinere Unternehmen, die dann hoffentlich ebenfalls bald kommen wird. Custom Instructions sind jetzt für alle JetGPT-Nutzer verfügbar. Nachdem wir wirklich lange darauf warten mussten, sind Custom Instructions jetzt auch für alle GPT-Nutzer, egal ob mit oder ohne Plus-Abo, in der EU und in Großbritannien verfügbar. Wir haben das neue Feature ja schon in einem eigenen Video vorgestellt, das auch in der Beschreibung verlinkt ist. Aber generell kann man sagen, diese benutzerdefinierten Anweisungen ermöglichen es uns, JetGPT genau so antworten zu lassen, wie es für uns sinnvoll ist. Die ersten Versuche sind extrem vielversprechend und wir bleiben für euch hier auf jeden Fall am Ball. 75% der Unternehmen verbieten KI am Arbeitsplatz Laut einer Umfrage, in der ca. 2000 IT-Entscheider beteiligt waren, wollen bis zu 75% der Unternehmen weltweit den Einsatz von generativer KI und JetBots am Arbeitsplatz komplett verbieten. Das finden wir interessant, da viele derselben Unternehmen klare Vorteile durch den Einsatz von KI in Bezug auf Effizienz und gesteigerte Produktivität sehen. Vermutlich ist es so, dass die Angst vor den Sicherheitsrisiken aktuell noch überwiegt. Und das Verbot der einfachste Weg ist, sich abzusichern. Gleichzeitig verzichten die Unternehmen so auf möglicherweise riesige Wettbewerbsvorteile beziehungsweise scharren sie der Konkurrenz zu. Also, es wird sehr interessant, wie sich das alles wirklich weiterentwickeln wird. Dazu gibt es auch eine interessante Neuigkeit von Bosch. Bosch bringt eigenen KI-Chatbot Bosch GPT an den Start. Bosch möchte nämlich einen etwas anderen Weg gehen, als die Unternehmen die KI schlicht am Arbeitsplatz verbieten. Das Unternehmen hat angekündigt, dass bis Ende des Jahres eine hauseigene KI mit dem kreativen Namen Bosch GPT für alle Mitarbeitenden verfügbar sein soll. Die Technologie für den Chatbot kommt vom Heidelberger Start-up Aleph Alpha. Wir finden das sehr begrüßenswert, denn Bosch kann damit als gutes Beispiel vorangehen und die Adaption von KI in der Arbeitswelt, die eben sowohl Mitarbeitenden als auch dem Unternehmen zugute kommt, indem Produktivität gesteigert und Personal entlastet wird, entscheidend vorantreiben. Vor allem eben ein großes deutsches Unternehmen wie Bosch hat hier definitiv Signalwirkung. Und wir hoffen, das Experiment glückt. Neues KI-Zentrum in Heilbronn. Gerade haben wir ja schon kurz Aleph Alpha erwähnt. Für das KI-Start-up gibt es weitere gute Nachrichten. Denn der Innovation Park Artificial Intelligence in Heilbronn hat eine umfangreiche Partnerschaft angekündigt. Nicht nur ein 30 Hektar großes Gelände mit Laboren und viel mehr steht parat. Es wird auch eine Menge Geld in das Unterfangen fließen, um die Region im Bereich KI weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Laut mit der Sache vertrauten Personen soll es sich insgesamt um etwa 2 Milliarden Euro handeln. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 50 Millionen Euro. Außerdem gibt es hohe Investitionen aus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Hier wird die genaue Beteiligung aber geheim gehalten. In der Verwaltung in Baden-Württemberg wird ja bereits seit Mai diesen Jahres probeweise mit der KI-F13 von Aleph Alpha gearbeitet. Und den ersten Rückmeldungen zufolge funktioniert das alles ziemlich gut. Und es wird offen darüber gesprochen, das Modell auch deutschlandweit zu verwenden. Das ist eine Entwicklung, die uns dann doch etwas Hoffnung macht, was die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz in Deutschland angeht. KI löst Captures besser als Menschen. Ich denke, jede und jeder von uns ist genervt davon, dass wir immer noch im Internet auf Bildchen klicken müssen, die einen Bus oder einen Hügel beinhalten oder irgendwelche krakeligen Texte abtippen. Nur um zu beweisen, dass wir ein Mensch sind. Hier gibt es lustige und damit hoffentlich für uns gute Nachrichten. Denn neueste Untersuchungen haben gezeigt, dass Computer mit KI mittlerweile in der Lage sind, diese sogenannten Captures deutlich besser zu lösen als Menschen. Soviel zu, ich bin kein Roboter. Während die Bots im Schnitt 85 bis 100 Prozent richtig lagen, konnten die menschlichen Tester im Schnitt nur 50 bis 85 Prozent richtig lösen. Ein ordentlicher Unterschied, wie wir finden. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das dafür sorgt, dass diese lästigen Hürden bald abgeschafft werden und nicht durch noch nervigere Aufgaben ersetzt werden. KI-Kunst kann nicht geschützt werden Inmitten der anhaltenden Streiks in Hollywood und Befürchtungen, dass KI ganze Branchen in der Kreativszene überflüssig macht, gab es jetzt ein interessantes, eventuell sogar wegweisendes Urteil in den USA. Dort hat ein Bundesrichter geurteilt, dass Kunst, die mit KI erstellt wurde, nicht geschützt werden kann. Zwar ging es in dem Fall konkret über die US-amerikanische Rechtsprechung, die eben einen Menschen als Erschaffer eines zu schützenden Kunstwerks zwingend voraussetzt, Es kann aber dennoch einiges an Signalwirkung haben. Eben, dass es jetzt diesen Präzedenzfall gibt, der zudem noch von einer relativ hohen Instanz stammt. Trotzdem würde ich mich aktuell hier natürlich auf nichts zu 100 Prozent verlassen. Die gesamte Thematik der Rechtefragen muss sicher in der nahen Zukunft einmal konkret geklärt werden, besonders auch für Europa und Deutschland. JetGPT ist ein riesiges Verlustgeschäft für OpenAI. Dass es nicht gerade günstig ist, einen JetBot wie JetGPT zu betreiben, ist vermutlich kein Geheimnis. Nach neuesten Informationen soll das OpenAI allerdings ca. 700.000 Dollar pro Tag kosten, während das Unternehmen auch mit der Monetarisierung der aktuellen Modelle noch keinen Break-Even-Point erreicht. Trotzdem kann das Ganze noch eine ganze Weile gut gehen, da OpenAI bekannterweise ein riesiges Investment von Microsoft bekommen hat. Laut Schätzungen könnte das Unternehmen trotzdem bis 2024 pleite sein. Bis dahin braucht es also entweder eine Strategie, um mehr Umsatz zu generieren oder neue Investments. In Kombination mit sinkenden User-Zahlen sieht es aktuell allerdings nicht so gut aus. Und auch ein unterschwelliger Konflikt zwischen OpenAI und CEO Sam Altman, der in der Öffentlichkeit vermehrt Profit an zweite Stelle stellt, sorgt aktuell für eine gewisse Krisenstimmung. Vor allem die immer besser werdende Konkurrenz von anderen Chatbots und Anbietern macht es dem einstigen Platzhirsch ganz schön schwer. Trotzdem sollte man JetGPT und OpenAI natürlich nicht abschreiben. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und der Konkurrenzkampf zieht definitiv an. Python in Excel Diese Nachricht hat zwar nicht direkt mit künstlicher Intelligenz zu tun, hat aber für viel Aufregung in der Tech-Branche gesorgt. Excel bekommt jetzt die Möglichkeit, Python-Code auszuführen. Und damit kann man jetzt wohl endgültig sagen, dass man mit Excel alles machen kann. Durch die neue Py-Funktion kann man in der Software einfach Python-Code schreiben und damit die verschiedensten Dinge machen. Datenanalyse oder komplexe Visualisierung, alles ist damit möglich. Durch KI-Tools wie JetGPT ist außerdem eigentlich absolut jeder und jeder in der Lage, Python-Code für die gewünschten Ziele generieren zu lassen. Und damit bekommt man ein wirklich mächtiges Tool, was noch integrierter wird, sobald wir in Office den Microsoft Co-Piloten haben. Denn dann können wir das alles in einem Programm erledigen. Interessant dabei, Microsoft hat das Ganze relativ geschlossen gehalten, denn der Python-Code wird nicht etwa auf dem eigenen Computer ausgeführt, sondern in der Azure Cloud. Das sorgt zum einen dafür, dass es keine Probleme mit unterschiedlichen Python-Versionen oder Ähnlichem gibt. Zum anderen wäre es aber natürlich datenschutztechnisch und für die Geschwindigkeit der Ausführung sehr viel angenehmer, das lokal zu haben. Trotzdem ist es ein sehr cooler Schritt und macht Excel auf jeden Fall noch besser. Fine-Tuning für GPT OpenAI hat damit begonnen, ausgewählten Usern das sogenannte Fine-Tuning des GPT-3,5-Modells zu ermöglichen. Ganz einfach erklärt, mit dieser Methode kann man das Modell auf die eigenen spezifischen Bedürfnisse anpassen, indem man Daten bereitstellt und sich so eine eigene Version von GPT trainieren kann. Das Ganze ist dabei aktuell noch in der Beta und sicherlich auch nur für Pro-Anwender oder Unternehmen wirklich relevant. Wer auf der Suche nach ähnlicher Funktionalität ist, kann sich aktuell auf jeden Fall bei den Custom Instructions austoben. Dazu haben wir, wie gesagt, schon ein eigenes Video und wir müssen sagen, unsere ersten Tests sind wirklich überzeugend. Das war es jetzt mit unserem Tech- und KI-Update für diese Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like und einen netten Kommentar. Und damit du keines unserer Videos mehr verpasst, solltest du uns am besten auch abonnieren, falls nichts sowieso schon geschehen. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns im nächsten Video.